Die Zwölfe zum Gruße. Wir befinden uns hier in Balio, Grafenstadt. Das ist der nördliche Teil von Balio. Und hier ganz im Westen befindet sich die Magd Joana. Die Magd blickt sich hilfesuchend um. Sie wirkt aufgelöst und wirft einem nahen Hund immer wieder finstere Blicke zu. Das wird wohl der sein. Der Hund behält seine Umgebung aufmerksam im Auge. Schlucht! Dieser verdammte Hund! Er hat das Mittagessen meiner Herrschaft aufgefressen. Der Herr wird mir das sicher vom Lohn abziehen, heult. Oh, wie furchtbar wäre das. Mein Vater ist schwer erkrankt und ich brauche doch all mein Geld für den Medikus. Sie weint. Bitte, du siehst so groß und stark aus. Besorge mir sechs zarte Wühlfleisch. Also sie müssen zart sein, das ist wichtig. Am Fuß der schwarzen Sichel im Osten wurden schon wilde Schweine gesehen. Die gehören keinen. Aber, schluchzt auf. Es ist mir egal, wo du das Fleisch hernimmst. Es muss bloß zart und vom Wühlschwein sein. Bitte hilf einer Magd in Not. Ich werde dafür auch für dein Leibeswohl sorgen. Wir reine mit dir. Schnitzeljagd. Sechs zartes Wühlschwein. Die habe ich schon besorgt. Deswegen ist es gerade direkt umgeschwitzt. Da, diese braucht ihr sechs Stück. Also, wie gesagt, ihr könnt die überall hier in der Regen besorgen. Hier gibt es, glaube ich, fünf Stück im Borgitz Hall. Fuß der schwarzen Sichel hat man ein paar. Man hat ein paar in Sokromas Klaue. Gibt halt überall ein bisschen was Schweine. Hier gibt es beim Gutshof Bossitz eine Quest, wo man elf Schweine kriegen kann. Da geht ihr ins Gebäude rein. So könntet ihr sie hier holen. Ich empfehle aber, dass ihr nach Greifenfort geht. Und zwar hier in die Fürstenstraße. Da sind nämlich, glaube ich, 14 Stück drin. Dann könntet ihr euch hier rüber zappen. Nach Norden gehen. Habt ihr dann sechs Stück im Arberger Hof. Eine hier. Und hier oben wieder vier Stück. Dann würdet ihr halt und von da euch wieder hier rüber zappen. In Greifenfort sich zappen kostet nichts. Deswegen sehr ideal, hier zu farmen, diese Runde immer wieder zu machen. So habt ihr ohne Pause immer weiter etwa um die über 20 Schweine. Ja und jetzt quatschen wir sie wieder an. Was für wunderschöne Wühlschweinstücke. Der Hausherr wird ganz sicher sehr zufrieden mit dem Ergebnis sein. Ich werde gleich mit der Zubereitung beginnen. Habt Dank. Ich hoffe, ich war euch eine Hilfe. Bis demnächst. Euer Chojin.